Es war noch bis hin, mein Solo am Ende. Es war Freestyle. Wir alle schätzen deinen Freestyle. Danke, Mann. Zu sehr. Was geht ab, Leute? Mein Name ist Aria Lee. Mein Name ist Jay Samuels. Und wir kommen zum eigentlich ganz guten Podcast mit zwei Typen auf einer Couch. Auf einer Couch und zwei Mics, genau. Es ist... Wieder mal so weit? Ja, ich bin irgendwie neulich aus 4000 Meter Höhe gesprungen. Hast du es gemacht schon? Ja. Ey, du Penner, Alter. Was denn? Oh mein Gott. Also das Ding ist, ach man, das regt mich voll an unserer Freundschaft auf jetzt. Warum? Weil wir haben voll viel Zeit miteinander verbracht und offensichtlich hast du es mir nicht gesagt, damit du es mir im Podcast sagen kannst. Wann war das denn? Das war am Freitag. Okay, also jetzt nicht so lange her. Wie war es? Hast du Angst gehabt? Nein, war irgendwie... Keine Ahnung, warum. Ich habe die ganze Zeit so gewartet, dass ich nervös werde und meine Angst eintrifft. Aber einfach bis zum Ende nicht passiert. Keine Ahnung, warum. Ich bin wahrscheinlich schon so sehr mit diesem Gedanken so verliebt, in der Luft so zu schweben und zu springen und zu fliegen. Ich so gar keine Angst... Ich war die ganze Zeit einfach nur so richtig so... Hab mich gefreut. Aber du warst so ein Anhängsel von jemand anderem, ne? Ja, ja. So ein Rucksack. Ich war noch nicht... Ne, er war mein Rucksack quasi. Nice. Er war der große Löffel? Das Ding ist, ich habe neulich eine Theorie über Löffelchen gesehen, wo alle denken, es ist so rum, aber es ist eigentlich andersrum, weil das dahinter ist die eigentliche große Kohle. Das hat voll Sinn ergeben, als ich es gesehen habe. Wo war das? Auf TikTok oder so, glaube ich. Okay. Hat irgendwer erklärt, dass alle Löffelchen falsch machen. Du und dein Tandemsprung-Partner haben Löffelchen auf jeden Fall drauf. Okay, und aus wie viel Meter Höhe? 4.000, also 4 Kilometer. 4 Kilometer? Das war auch richtig crazy, Mann. Das ist weiter weg, als so von mir bis zu dir. Nein, das stimmt nicht. Aber das ist so, ich habe länger zur Schule, ne, weniger zur Schule gehabt. Ja, Mann. Stimmt. Und wie lange bist du gefallen? Also ich bin circa eine Minute freigefallen. Ja. Und danach den Rest bin ich so 3-4 Minuten mit geöffneten Fallschirmen, so langsam. Okay, ganz kurz, sorry, da bin ich schon zum Ende springen. Aber wie ist das, wenn du aufkommst, wie schnell ist das ungefähr? Weil ich habe irgendwie mal das Gefühl, dass, wenn du von voll weit springst, auch wenn du einen Fallschirm hast, dieses Aufkommen ist trotzdem nicht einfach nur so, oh, und ich bin angekommen. Also das Ding ist, ich habe ja noch nicht so viel Ahnung von Fallschirmspringen, aber ich habe dir ja beobachtet. Jetzt hat auch niemand gedacht, dass du jetzt... Nein, nein, ich wollte einfach nur so, nach einem Mal so, also als Fallschirm-Konnoisseur. Nee, ich habe die halt ein bisschen beobachtet und ich denke mal, dass der Trick bei der ganzen Geschichte ist, dass du nicht straight auf den Boden zugeflogen kommst, sondern eine Parallele versuchst, zum Boden zu fliegen. Ja. Und somit ist dann irgendwann deine Energie ist so nach vorne gerichtet und nicht auf den Boden. Ja. Das heißt, irgendwann kannst du so anfangen, den Boden einfach so ein bisschen so... Also die, die alleine springen, die habe ich gesehen, die versuchen dann irgendwie recht nah am Boden zu fliegen und die kommen dann einfach sogar auf den Füßen auf. Bisschen wie Superman. Nicht ganz, Superman würde ja so nach unten... Also ganz anders eigentlich. Genau. Aber... Wie bist du denn aufgekommen? Wenn du mit einem Tandem-Partner springst, dann macht ihr beide eure Beine so hoch. In der Löffchenstellung auch, ne? Du winkelst deine Beine an oder ich weiß nicht, ob nur der obere... ...seine Beine anwinkelt. So nach oben auf jeden Fall. Ja. So, dass du mit dem Po auf dem Boden landest. Bist du mit dem Po gelandet? Ja. Also, als würdet ihr sitzen... Aber er war ja unter dir. Das heißt... Er war jetzt auch nicht so sehr unter mir. Er war so... Ich war halt an ihn geschnallt. Okay, ja. Ist ja auch noch... Genau. Ey, krass, Mann. Also, erstens Todesrespekt, weil ich... Also, ich würde das nicht machen. Würdest du wirklich nicht machen? Weil eigentlich würde ich voll gerne mal mit dir springen, Mann. Das wäre voll heftig. Warst du wir beide in Tandem? Ja, wir können auch beide mit einem Tandem. Aber ich überlege sogar, meinen Tandem-Schein zu machen. Echt, ja? Also, nee, ich weiß nicht, ob ich einen Tandem-Schein machen würde. Also, dass ich mit Leuten Tandem springe. Ach so, dass du quasi... Aber ich würde auf jeden Fall, glaube ich, einen Schein machen, dass ich selber springe. Muss man da nicht extrem oft noch springen? 37 Mal. Also, man kann das in einer Woche, habe ich mir sagen lassen... Du willst in einer Woche 37 Mal aus einem Flugzeug springen? 36 Mal. 36 Mal noch, ja, genau. Naja, 37 wäre dumm, wenn du 36 Mal springst. Dann kriegst du deinen Schein und dann springst du nie alleine. Ach so. Dann wäre ich ein bisschen dumm. Ja, okay, dann 37 Mal. Okay, crazy, man. Also, falls du Bock hast, sag Bescheid, dann... Also, ein Teil von mir würde sogar sagen, das wäre eigentlich voll cool. Aber es gibt ganz viele andere Teile von mir. No, 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 no. Die sagen, dass es voll dumm ist. Aber ich weiß nicht mal, ob das gefährlicher ist, als zum Beispiel, wie ich aus dem Fenster gesprungen bin. Ja, ja. Ich weiß nicht mal, ob das gefährlicher ist, als Autofahren. Also, das sage ich immer gerne Leuten, die so Angst vor Sachen haben. Ich finde Autofahren voll beängstigend. Nicht dir. Ach so. Anderen Leuten, die Angst haben. So, die Leute, die hier zuhören. Genau. Ne, die Angst haben. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es tatsächlich gefährlich ist, aber Autofahren ist schon todesgefährlich. Ja. Und da hast du viel weniger, und Leute reden auch immer so, ich will alles unter Kontrolle haben. Und zum Beispiel, wenn ich Auto selber fahre, dann habe ich alles unter, nee, du hast einen Scheiß unter Kontrolle. Ja. Also, weil du kannst noch so vorsichtig fahren. Irgendwer kann einfach besoffen sein. Mhm. Und dann so, fährt der einfach mal über die Kreuzung und crasht dich. Und du kannst so krass vorsichtig gefahren sein und so viel unter Kontrolle selber gehabt haben. Das Schlimme ist, dass es gibt voll viele Leute, die unseren Podcast beim Autofahren hören. Und der so, oh nein, oh nein. Nee, aber dann an euch, fahrt vorsichtig, ne? Ja, fahrt vorsichtig. Genau. Achts auf die Straße. Aber ich sage das immer gerne, und dann in Kombination mit dem, was Will Smith immer gesagt hat. Mhm. God placed the most beautiful things behind fear. Mhm. Also, und wenn du mal darüber nachdenkst, ist schon sehr vieles, was dich irgendwie lohnt und wirklich nice ist, ist schon hinter einer Strecke von Angst irgendwie platziert. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich muss oftmals da durchgehen, um das, was sich dann später wirklich lohnt und nice ist, zu bekommen. Ja, also mir fällt sogar gerade keine Sache ein. Genau, ich will nicht sagen, dass es nichts gibt, aber mir fällt auch keine Sache ein. Natürlich, es gibt auch Sachen, die sind hinter Angst und so, da willst du auch nicht hin trotzdem. Logischerweise. Ich meine, das kann ja schon sowas Simples sein, wie deinen Crush zu küssen. Muss ja auch erstmal über die Angst, durch die Angst hindurch, dass sie dich rejecten könnte. Oder er. Oder er. Oder es. Oder. Also, wenn du einen Gegenstand küsst und sie dich dann rejectet. Es dich dann rejectet. Also, ja, und der Gegenstand dich dann rejectet, dann wäre ich, glaube ich, trauriger als bei was anderem. So, weil wie viel Anspruch kann schon ein Objekt haben und dann so weist es dich trotzdem ab? Gute Frage. An alle Objekte da draußen, vielleicht könnt ihr das ja beantworten. Genau, falls ein paar Bäume oder sowas hier zugucken. Aber ja, das, dementsprechend, wenn man im Verkehr unterwegs ist, ich weiß nicht, vielleicht googeln wir mal, ob das weniger gefährlich ist, aber das ist ja, du hast da zumindest keinen Verkehr, keinen irgendwer, der von irgendwo kommt und dich so wegtackelt, sondern es geht nur um dich und deinen Fallschirm. Und du hast ja noch einen zweiten Fallschirm, wenn der erste nicht aufgeht, dann geht noch der zweite auf, dann die ganzen Sicherheitsbestimmungen, die da mit reinkommen und so. Und mittlerweile ist es ja sogar so, dass ein Fallschirm von selber ab einer bestimmten Höhe aufgeht, selbst wenn du K.O. gegangen bist auf dem Weg. Also, weil das ja auch die Angst vor manchen und das, ja, die war ja auch früher eigentlich real und nachvollziehbar. Vor allem gerade bei Tandemsprüngen machen die halt auch immer so den Witz, dass so, was ist, wenn der Schüler irgendwie so hier hektisch wird und sowas und so den Lehrer mit seinem Kopf ausknockt, weil er so nach oben irgendwie auf einmal so aus Versehen haut. Und er ist derjenige, der den Fallschirm öffnet und dann so, no fuck. Wache auf. Genau, aber dafür geht es dann halt alleine auf. Und beide müssten versagen, damit du dann auf dem Boden klatschst. Ja, also, wie gesagt, ein gewisser Teil von mir kann es nachvollziehen, aber es ist trotzdem ziemlich crazy in meinen Augen. Andere Frage, die ich kurz hätte. Hattest du das Gefühl, in der Luft konntest du so ein bisschen schwimmen oder so? Also quasi so ein bisschen kontrollieren, wo es lang geht oder hattest du da gar keine Kontrolle drüber? Also schau mal, was natürlich ein bisschen schwierig war, war, dass es halt ein Tandemsprung war. Das heißt, ich war ja sowieso schon mal noch an einen anderen Menschen gebunden und an seine Bewegungen. Ja. Ich bin ja aber auch schon mal in so einem Windkanal, habe ich das Ganze gemacht. Ja. Und das ist eigentlich vom Ding her dasselbe. Also es ist dasselbe Gefühl und dieselben Verhältnisse. Weil in diesem Windkanal bekommst du irgendwie so einen Windstoß von so 200 kmh oder sowas. Okay. Und dann hast du halt so eigentlich jetzt nicht mal einen bestimmten Anzug. Du ziehst trotzdem was an. Aber damit es halt nicht deine normalen Klamotten sind. Aber das hat jetzt nicht mal Wings oder irgendwie sowas, glaube ich. Aber wenn ich mich recht erinnere. Und da kannst du halt auch einfach so drauf schweben. Und da kannst du halt auch eigentlich alles machen, was du dann auch später bei einem richtigen Fallschirmsprung machen kannst. Und ich kann dir mal Videos zeigen. Das ist crazy. Also die Leute, die es sogar drauf haben, die ohne Scheiß, Mann, du würdest das so heftig feiern. Die bewegen sich wirklich wie Iron Man da drin. Ja. Die sind so richtig so. Ja, das habe ich schon mal gesehen. Geh einfach so nach oben, nach unten, twisten, was auch immer. Und das kannst du halt alles da auch machen. Also weil du hast die ganze Zeit diesen Wind, der so, also da ist kein Wind, aber so weil du fällst, hast du quasi so den Wind gegen dich. Und je nachdem, wie du halt deinen Körper lenkst, also du kannst komplett eigentlich lenken, was du machst. Okay. Du brauchst zum Beispiel die eine Seite einzuziehen, damit du dich drehst, die andere, damit du dich in die andere Richtung drehst, deine Fläche kleiner machen, dann fällst du schneller, größer machen, dann fällst du langsamer. Da ist so sehr viel, sehr, sehr viel Kontrolle schon möglich. Okay. Aber du musst es halt können erstmal. Okay, das heißt, als jemand, der einfach nur aus dem Flugzeug rausfallen, würde und auch nie Erfahrung damit hatte, würde vielleicht Schwierigkeiten damit haben, so seinen Fall zu lenken. Höchstwahrscheinlich. Okay. Ja. Also schau mal, ich komme ja aus dem so Akrobatik-Bereich und sowas. Ja, okay, stimmt. Und lustigerweise habe ich halt auch viele Vorteile deswegen gehabt, weil du ja bei Akrobatik lernst du ja auch zum Beispiel so, okay, ich springe jetzt hoch und dann muss ich jetzt das hier machen, damit ich mich in der Luft so und so drehe und kontrolliert. Und das sind mitunter unter anderem selbe Mechanismen, die du dann in der Luft für deine Kontrolle brauchst. Okay, verstehe. Und das heißt, so jemand würde wahrscheinlich irgendwie noch klarkommen, aber eigentlich braucht man selbst dann noch Übung, um auch so, weil du musst teilweise dich so sehr symmetrisch halten, weil wenn du dich nicht symmetrisch hältst, kommt halt an der einen Seite viel stärker Wind durch und dann, oder halt trifft da mehr Wind drauf und dann drehst du dich oder was auch immer. Aber ich glaube, manche Leute könnten sich schon einfach nur so in der Luft so die ganze Zeit drehen und sowas. Mhm. Ach so. Ja, Mann. Ach, Labe, zeig mal. Okay, hier, das ist so ein ganz komisches Video. Spur mal so immer so die langweiligen Stellen vor. Mhm. Wir hatten dann so eine Avengers-mäßigen Anzüge. Crazy. Fühlt sich ein bisschen an wie ein Avengers Endgame. Als sie zu der Zeitreise sind. Mhm. Da habe ich dann noch einen Homie getroffen, der bei unserem Video sogar mitgespielt hat. Harter Typ erklärt Twilight. Da war er mit in diesem Gremium mit dabei. Das ist er. Der war auch einfach da. Im Flugzeug war es richtig eng und als ich eingestiegen bin, also wir saßen alle so eng aneinander, dass sich im Flugflieger keiner mehr bewegen konnte. Und als wir da saßen und wir losgefahren sind und losgeflogen sind, ist mir dann so eingefallen, scheiße, ich habe meine Schnürsenkel noch gar nicht gebunden. Hä? Da habe ich so einen gebunden und an den anderen kam ich gar nicht mehr ran. Und dann hat mir so irgendwann die Kamerafrau, hat die mir dann irgendwann gebunden. Ich habe so meinen Tandemlehrer gefragt, ich so, yo, wie sieht es aus, habe ich gleich nochmal Zeit, meine Schuhe zu binden? Also, nee, nee, wir springen dann gleich. Ich dachte, shit, will ich jetzt meinen Schuh? Okay, warte. So, jetzt ziehe ich das alles auf. So, jetzt siehst du, springen schon mal die ersten Leute raus. Mhm. Alleine. Es war auch ein bisschen komisch, so mal nochmal kurz so loszufliegen irgendwo hin, aber so, du gehst eigentlich nirgendwo hin. Achso, ja, stimmt. Also, ich muss schon sagen, wenn du an einer Flugzeugtür sitzt und da hast du die Erde unter dir und da hast du sonst nichts dazwischen. Das ist schon krass. Das ist schon ein unfassbar crazy Gefühl. Boah, Digga. Also, es ist auch Weitwinkel, aber trotzdem. Und jetzt. Dieser Moment, ich habe nicht verstanden, was passiert ist. Weil wir haben auch noch so einen Backflip gemacht. Ich habe einfach nicht gecheckt, was passiert ist. Und hier ist jetzt leider so Musik drauf auf der Aufnahme. Aber ich habe durchgängig einfach nur so geschrien, so. Das war einfach so pure Freiheit. Das ist so merkwürdig, man. Ich wünsche dir so sehr, du würdest das auch irgendwann machen. Weil dieses Gefühl, das checkst du beim ersten Mal nicht mal. Ich muss safe nochmal springen, damit ich überhaupt verstehe, was ich da gemacht habe. Weil du fragst dich durchgängig, schwebe ich gerade wirklich über der Erde? Ja. Ist da gerade so? Ist neben mir einfach nichts? Habe ich gerade wirklich keinen Boden unter mir? So, weißt du, was ich meine? Ja. So, gleich geht jetzt der Fallschirm auf. Dann hat die Kamerafrau nur noch unsere Landung ge... Ist sie so vorgegangen? Genau. Krass. So sind wir jetzt gelandet. So landet jetzt nicht jeder, aber sie ist ja eigentlich so ein bisschen schräg. Beine angehoben. Ah, okay. Ja, crazy. So. Ja, Mann, das war echt sick, Mann. Also, man wird schon ein bisschen... Ich weiß nicht. Man kann es einfach irgendwie nicht... Also, ich kann es nicht realisieren, was passiert ist. Ja. Ich will unbedingt nochmal springen, um zu verstehen, was passiert ist. Was passiert ist. Weil es ist einfach in so vielen Hinsichten seit eh und je ein Traum, so zu fliegen, so weißt du? Und das kommt dem am ehesten. Angefangen mit Superhelden und sowas. Ja. Willst du einfach fliegen. Also, so gesehen kommt es dem sogar... Am nächsten. Na, oder am weit entferntesten, weil du so ziemlich das Gegenteil machst. Ich lande. Du fällst einfach ohne Kontrolle runter. Aber ich schätze mal dieses in der Luft sein und vor allem dieses, du bist weit in der Luft und für eine längere Zeit... Also, es ist nicht so, du springst kurz hoch, bist hier runter, sondern du bist einfach... Ja, genau. Da passiert einfach nichts. Das ist schon krass. Und freier Fall ist ja eigentlich nichts anderes als schweben. Hätten wir jetzt da den Wind nicht, würdest du ja nicht mal checken, dass du gerade fällst. Ach so, meinst du das? Also, weil es gibt ja auch zum Beispiel, es gibt ja Parabelflüge, da fliegen Flugzeuge so eine Parabelkurve, so eine bestimmte und das dann halt so ausgerechnet, dass du dann irgendwie so eine Zeitspanne von 30 Sekunden hast, wo du dann Schwerelosigkeit hast. Aber das ist ja eigentlich, du fällst da frei, aber weil dein Flugzeug in der richtigen Geschwindigkeit, Winkel, was auch immer mit dir mitfällt, hast du in Bezug zum Flugzeug bist du schwerelos. Aber eigentlich fällt ihr, fällt ihr, fällt ihr, ihr werdet gefaltet. Ich hoffe nicht. Genau, und dementsprechend war das ja auch so ein bisschen einfach schweben. Aber okay, du spürst halt noch den Wind. Wenn dein Fallschirm aufgegangen ist, dann hast du auch nochmal so ganz lange Zeit, weil bei dem anderen ist so Adrenalin, so, oh, was passiert hier, Mann? Und dann ist so ganz langsam und du guckst dich halt so um, dann habe ich noch so gefragt, ah, wo ist Berlin, weil das war nicht, das war so in der Nähe von Berlin. Ah, okay. Und so Dörfer angehen, keine Ahnung. Alle Menschen sahen halt auch so super klein aus, so von da oben. Auch die anderen, die so auf ihren nächsten Flug gewartet haben und so. Krass. Als ich die irgendwann sehen konnte. Ja, Mann. Auf jeden Fall, ich glaube, das werden wir irgendwann, werden wir das zusammen machen. Also ich sag mal so, weißt du, in welchem Zusammenhang ich das wahrscheinlich machen würde? Für einen Film? Ja, wahrscheinlich schon. Was, müssen wir jetzt extra einen Film drehen, damit du sprichst? Nein, natürlich nicht. Wir müssen nicht extra einen Film drehen. Aber falls Hollywood jetzt uns zufällig nach einer Duorolle fragt. So, weil das ist dann nochmal so, okay, um was Cooles umzusetzen. Aber einfach so, hey, willst du aus dem Flugzeug springen? Also ich muss nicht aus dem Flugzeug springen. Aber crazy, Mann. Freut mich, dass du high angekommen bist. Ja, Mann, danke. Und dass du... Ein Strich auf der Bucketliste, abgehackt. Ja, Mann. Ja, Mann. Dass ein guter Freund von mir aus dem Flugzeug gesprungen ist. Puh, endlich. Ach so, ja, für dich, genau. Das war schon immer dein Traum. Was ging auf der Erde? Was ging auf der Erde? Trump will TikTok sperren? Abo. Stimmt. Aber ich hab auch wiederum gelesen, dass Microsoft... Es kaufen will. Aber nicht TikTok im Generellen, sondern TikTok US. Ja. Ich wusste nicht mal, dass das so rechtlich so aufgesplittet ist. Aber wahrscheinlich in jedem Land, in dem du agierst, ist die App nochmal eine eigene Firma eventuell. Oder? Weißt du was darüber? Ich weiß nicht. Also TikTok ist halt so eine große Firma. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Er weiß einfach nicht. Ich weiß nicht, wie die das handhaben. Ich weiß nur, dass Trump erst gesagt hat, geht nicht klar. Und dann war es irgendwie so, dass Microsoft gesagt hat, die würden das kaufen. Und dann meinte Trump, wenn wir davon einen Prozentsatz bekommen, von den Einnahmen, dann vielleicht schon niemals. Und er meinte irgendwie... Was, die Regierung? Ja, die Regierung. Wenn die einen Prozentsatz von TikTok bekommen, dann lässt er es da? Also von den Einnahmen, wenn ich es richtig verstanden habe. Er hat dann quasi auch eine Deadline gesetzt. Wenn es bis zum, ich glaube, 15. September oder sowas quasi nicht geklärt wird, dann wird die App halt zugemacht. So einen auf, ich gebe euch eine Deadline, klärt das. So einen auf, dann gebt mir meine Prozente. Meine Prozente oder ich mache halt alles zu, wie ihr wollt. Abo! Hä, wie, was jetzt? Also so einen auf so, er sagt, Apple wird jetzt bald gesperrt hier in Amerika. Es sei denn, ihr gebt mir ein paar Prozente. Ja, ungefähr genauso, bloß dass es nicht Apple ist, sondern TikTok. Voll sick, Digga. Ja, also was gerade in Amerika abgeht, ist sowieso echt crazy, Mann. Also das häuft sich ja alles gerade irgendwie. Ich, also wow. Genau, also ich meine, was denkst du denn, was passiert, wenn TikTok in Amerika tatsächlich gesperrt wird? Was denkst du, plötzlich ziehen ganz viele Leute nach so Europa oder halt außerhalb Amerikas? Die großen Stars, meine ich. Nee, glaube ich nicht. Also du hast dir so, oh, ich bin jetzt ein Star, ich habe mir so voll was aufgebaut und so. So Charlie DeMio, okay, Charlie DeMio ist jetzt so darüber hinaus auch noch voll. Richtig. Also ich glaube, manche Leute haben doch nur, ich habe fünf Millionen auf TikTok, woanders habe ich nichts. Und jetzt bin ich so jobless? Ah, ja, okay, interessante Frage. Also ich glaube, so jemand wie Charlie DeMio oder Addison Rae oder diese Leute, die halt so extrem groß sind, haben ja inzwischen es auch geschafft, auf Instagram und auf anderen Plattformen eine Reichweite aufzubauen. Du sagst, es ist natürlich für die trotzdem extrem kacke ist, dass plötzlich die einfach ihren Account nicht mehr verwenden können. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, als ob deren Karriere vorbei ist. Und vor allem ein Großteil der Leute, die sie konsumiert haben, werden ja jetzt auch nach einer anderen Plattform suchen, wo sie Content konsumieren können. Ja. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass wenn das zumacht, dass deren Instagrams sogar dann noch krasser steigen würden. Die verbringen ja den ganzen Tag dann mit TikTok zu schauen und das geht ja nicht mehr. Ja. Das heißt, irgendwo müssen sie ja Content gucken und dann würden sie wahrscheinlich auch die Leute aufsuchen, die sie vorher geguckt haben. Ja, ja, ja. Aber, klar, gerade für, ich sag mal, mittelgroße Leute oder Leute, die bisher nur auf einer Plattform vielleicht ihren Durchbruch hatten und das noch nicht so gut auf andere Plattformen betragen konnten. Das sieht schon crazy aus, oder? Kann schon sein, dass die dann, also wenn, ja, wenn ich so fünf Millionen Abonnenten auf TikTok hätte zum Beispiel und auf allen anderen Plattformen jetzt noch nicht irgendwie so große Reichweite, dann würde ich vielleicht auch nach Kanada oder sowas ziehen, wenn ich in Amerika wohnen würde. Ja. Die Frage, weil, so weit ich... Stimmt, die müssen ja gar nicht mal so weit wegziehen. Die können ja einfach nur raus aus... Was krass ist, ich weiß halt auch nicht, was mit der TikTok-Plattform passiert, weil das gab's noch nie, dass es eine große Social-Media-App gibt, die in der westlichen Welt beliebt ist, aber in den USA nicht benutzt wird. Ja. Das gab's ja bisher noch nicht. Stimmt. Also sonst war's immer, ja, okay, es gibt Apps, die zum Beispiel in China... Verboten sind. Ja, oder sonst was, aber meistens ist es so, dass auch die USA so ein bisschen auch vorgegeben hat für die anderen Länder, was relevant ist, also, oder? Ja, ja. Und ich frage mich, ob diese App dann jetzt weiter benutzt werden wird in dem Stil oder ob... Weil das Ding ist, plötzlich sind ja auch die ganzen Stars und sowas nicht mehr drauf. Also es könnte auch sein, dass zum Beispiel alle Stars auf, also klar, auf Instagram und YouTube, das benutzt sowieso jeder, aber wenn die jetzt zum Beispiel auf sowas wie Byte oder sowas raufspringen, also das ist ja dieses Vine 2.0 im Endeffekt, das heißt, wenn die jetzt plötzlich alle da raufspringen würden... Oder Thriller oder so. Ja. Was auch interessant ist, ist, dass zum jetzigen Zeitpunkt gibt es ja in Amerika, also in den USA auch noch keine Reels. Mmh. Echt? Ja. Also Reels gibt es nur in Deutschland, Frankreich und so Teile von... Ach, for real? Ja, also wir sind die Ersten, die das halt bekommen. Oh. Ist dir nicht aufgefallen, dass in den Reels immer nur deutscher Content ist? Nee, weil ich da noch gar nicht viel so geguckt habe. Und meistens, nichts gegen deutsche Creators, aber meistens reizt mich deswegen auch Reels nicht so sehr, weil der meiste Content, den ich schaue, tatsächlich sich im englischsprachigen Bereich befindet. Ja, ja, ja. Also Instagram freut sich gerade Todes, die so, oh, wenn TikTok jetzt zumacht... Oh, wir waren am Arsch, aber... Und genau, wo TikTok zumacht, hey, yo, jetzt gibt's Reels, dann werden ja alle rüberspringen im Endeffekt. Das ist heftig, Mann. Das Ding ist, klar, irgendwo, natürlich hört sich das nicht so nice an, wenn so die Daten in der Hand von einer Firma sind, die in China liegt und China hat am Ende des Tages irgendwie so eine totalitäre Macht über alles und kann Firmen dazu zwingen, Sachen, weiß ich nicht, offen zu legen. Ich weiß jetzt nicht, ob das so ist, aber was ja klar ist, ist, dort gibt's ja eine Diktatur und ich glaube mal, viele Menschen und Firmen und so weiter und so fort haben in vielen Fällen nicht so viel Misspracherecht oder auf die birgt auch eine große Last, ein großer Druck, wenn sie sich nicht entsprechend dem Idealverhalten, was irgendwie so im Land vorgegeben wird. Und wenn jetzt diese Firma richtig viele Infos kollektiert, klar, hört sich das erstmal nicht so geil an, aber eigentlich, weiß ich nicht, ob es sich so geil anhört, wenn's so in den Händen von USA, also eigentlich in keiner Hand hört sich das geil an, so weißt du, was ich meine? Also für spezifisch uns jetzt, die sowieso, also klar, ich bin auch Amerikaner, aber wir wohnen ja in Deutschland. Ja. Das heißt, ist es für uns in beiden Fällen so, dass zumindest ein anderes Land unsere Daten hat spezifisch. Ja. Ja. Ich weiß halt auch nicht, also ich will jetzt auch gerade gar nicht behaupten, dass man damit nichts anstellen könnte, aber ich persönlich wüsste jetzt auch nicht unbedingt, was China mit unseren TikTok-Daten so alles anstellen kann. Das ist das Problem? Es sei denn, sorry nur, ich hab einmal gehört, dass TikTok scheinbar auch andere Daten von dir lockt, nicht nur die Daten, die innerhalb der TikTok-App passieren. Ach so, ja, ja, klar. Und wenn das wäre, dann verstehe ich das, aber wenn es quasi in Anführungsstrichen nur trackt, welche Videos mir persönlich jetzt gefallen, dann klar, gibt es einem ein gewisses Bild über Amerika, aber keins, was, weiß ich nicht. Das Ding ist, ich kenne mich da auf jeden Fall auch zu wenig aus, aber meine Auffassung und meine Vorstellung davon ist, ist, dass diese ganzen Apps und aber auch Webseiten durch Browser, Cookies und so weiter und so fort, dass es nicht nur das ist, was wir denken, was die halt aufnehmen, ich glaube, es geht heutzutage immer tiefer und tiefer, weil es immer nützlicher wird, gewisse Cluster von Daten zu haben, das heißt, ganze Verhaltensweisen zu kennen und ich glaube, es geht dann teilweise in Richtung so viele unwichtige Dinge, von denen wir erstmal denken, dass sie unwichtig sind, aber die trotzdem zusammengesetzt mit vielen Punkten, also mit vielen Stichproben, vielen Daten, die du hast oder über längeren Zeitraum oder Masse, ja, dass die dann gewisse Muster ergeben, gewisse Sachen aussagen, es kann vieles, was die Wirtschaft rein theoretisch betreffen, keine Ahnung, also ich glaube, da ist halt sehr viel möglich, von dem wir gar nicht jetzt erstmal direkt auf die Idee kommen, so weißt du so, weil manche denken ja so, oh, wenn Facebook meine Daten speichert, dann NSA schaut jetzt jeden Tag auf meinen Laptop, was ich da so treibe. Sowas denke ich nicht, aber ich denke halt, dass, weiß ich nicht, sehr viele Verhaltensmuster einfach abgespeichert werden und du weißt nie, wann die für wem von Interesse werden. Ja, klar. Oftmals sind die wahrscheinlich erstmal für die Masse interessant, also nicht für die Masse, sondern in der Masse sind sie interessant, um Verhaltensweisen von ganzen Ländern, Städten, was auch immer, Geschlechtern und so weiter und so fort für wirtschaftliche Zwecke zu nutzen. Ja. Wenn es dann irgendwann in kritischen Situationen zu irgendwelchen anderen Fällen kommt, kann das halt vielleicht auch für andere Zwecke eingesetzt werden und rein theoretisch vielleicht, das weiß ich nicht, auch einzeln auf Daten geschaut werden. Ja, klar, theoretisch schon. Ich sage ja nicht, dass man damit nicht unbedingt was machen kann. Es ist bloß für mich ein bisschen schwer vorstellbar, aber ja, wahrscheinlich, weil ich auch mich damit nicht so auskenne, aber so, wenn ich jetzt auf mein TikTok-Profil gucke, mir werden relativ viele Star-Wars-bezogene Videos und Anime-bezogene Videos vorgestellt. Ich wüsste jetzt nicht zwingend, wie, ja, wie jetzt China irgendwie mich damit... Ja, ja, also ich glaube sowieso nicht, dass diese Apps nur auf, weiß ich nicht, nur darauf zugreifen. Ich kann mir vorstellen, dass sie noch viel anderen Shit mit erfassen. Vielleicht sollten sie aber nicht, also... Ja, sollten sie auf jeden Fall nicht, aber vieles läuft in der Welt halt anders, als es... Als man es will. Als es sollte und als es richtig wäre. Aber ja, Mann, ey, crazy. Was ist das für ein Jahr 2020? Das ist echt voll am Trippen. Und ich frage mich langsam, ob das irgendwie so eine Kettenreaktion ist, also weil so viel Shit passiert ist, passiert immer mehr Shit. Oder ist das ein besonderes Jahr, wo sich einfach richtig viel angestaut hat und... Also an dieser Stelle ganz kurz, das kommt wahrscheinlich auch ein bisschen verspätet, aber auf jeden Fall unsere Prayers an die Leute in Libanon, die diese Katastrophe getroffen hat. Voll crazy was... Keine Ahnung, was geht denn gerade hier alles ab, Mann? Ja, also... Also nicht, dass jetzt TikTok unter dieselbe Kategorie fällt, aber vom Ding her ist es trotzdem eine riesige Sache. Ja, ja, natürlich, das sind komplett verschiedene Sachen. Das ist halt das Ding, ich frage mich manchmal, ob es uns nur so vorkommt, dass... Dass so viel gerade... Dass so viel... Und damit würde ich nicht sagen, dass nicht gerade viel passiert, sondern dass... Weil wir so drauf achten? Oder dass das Bewusstsein vielleicht jetzt anders ist. Also klar, sowas wie eine Pandemie, was so die ganze Welt betrifft, ist natürlich eine Sache, die es in den Jahren davor nicht gab. Ja. Aber viele der anderen Sachen, die passieren, es gibt ja eigentlich jedes Jahr... Ja, stimmt. Also eigentlich gibt es die ganze Zeit was, aber falls du dich erinnerst, das hat so ein bisschen so mit dem Waldbrand angefangen, so in Australien und so. Es war schon eigentlich so die Erde ist under fire. Ja. Und so sehr wichtige Teile halt auch mit den ganzen Wäldern. Und dann war so fast dritter Weltkrieg zwischen Iran und Amerika, also wäre das ja fast losgegangen. Ich weiß noch, das war so das Krasse, was so... Ja, Mann, da dachte ich so, oh, alle so, äh, alle so, oh ja, 2020 von wegen. Aber die hatten keine Ahnung, was alles noch passiert. Dann ging es los mit Corona auf einmal. Leute wussten noch gar nicht, was es für Ausmaße annehmen wird. Erstmal war es einfach nur so, ja, Corona, okay, hä, wie jetzt lieber zu Hause bleiben? Wie jetzt, wir müssen zu Hause bleiben, was? Italien? Hä, was ist denn da los? Iran, was geht da ab? Was, sogar Amerika? Amerika? Wie kann das sein, dass das so läuft? Wie kann das sein? Trump? Das ist, ey... Das ist echt crazy, Mann. Ich gucke, also, wie gesagt, ich bin halb deutsch, halb amerikaner, aber ich bin auch so froh, dass ich nicht volle Amerikaner bin, ohne Witz, Mann. Ich gucke mir diese Sachen manchmal an und ich denke so, boah, was geht da ab? Wieso denn so? Wieso denn so? Bleib, Mann. Ja, mehr als das kann man eigentlich schon fast nicht dazu sagen. Aber hier hört es ja nicht mal auf. Das heißt, dann so Corona wurde so teilweise immer schlimmer, an manchen Orten, jetzt in Deutschland besser, manche Orte habe ich sogar mitbekommen, dass es irgendwie gerade so wieder abging und so. Aber okay, das ist eine Sache. Dann die Wirtschaftskrise, die mit dazu kommt, all die Jobs, die viele Leute verloren haben. Genau. Und jetzt geht es irgendwie noch weiter. Also, ich habe irgendwie so ein Meme gesehen, dass wir durch den Wechsel auf den gregorianischen Kalender acht Jahre oder sowas verloren haben. Und eigentlich müssten wir jetzt acht Jahre dazu rechnen. Das heißt, die Vorhersage von den Maya, dass die Welt 2012 zu Ende geht, würde eigentlich jetzt voll auf jetzt zutreffen. Das Ding ist, ich habe ehrlicherweise nicht kontrolliert, ob diese Aussage stimmt. Ich habe die zwei, drei Mal von verschiedenen Ecken gehört. Aber ich müsste nochmal kontrollieren, ob das stimmt, dass man da wirklich, also warum man acht Jahre verloren hat. Ja. Aber, ey. Also, es wäre auf jeden Fall nicht überraschend. Ja, Mann. Weil, damn. Damn. Andererseits, wenn das vorbei ist, weil nach jedem Sturm blüht eine schöne Wiese auf. Nein. Wiesen sind wahrscheinlich schon so da. Ja. Nach jedem Sturm erblüht. Was erblüht denn? Naja, du. Die Zuschauer werden es schon wissen. Also, erstens. Wenn Sturm geht, Sonne kommt. Ja. Manchmal gibt es nach einem Sturm noch einen Sturm. Ja, scheiße. Nein. Aber da sind wir ja gerade schon drin. Ah. Jetzt kommt ihr gerade Sturm nach Sturm. Ja. Und zusammen ist das immer noch ein Sturm. Also Sturm plus Sturm plus Sturm ist ja nicht plötzlich so, weiß ich nicht. Ist immer noch Sturm. Ist großer Sturm. Ja. Oder langer Sturm. Worüber reden wir? Über Stürme. Okay. Und dann, wenn dieser Sturm vorbei ist, kommt vielleicht eine umso schönere Zeit, wo zwei Tage die Sonne scheint vielleicht. Dann hoffen wir einfach mal, dass zwei Tage die Sonne scheint. Genau. Und packt schon mal eure Sonnencreme ein. Denn die zwei Tage sind sehr schnell vorbei. Wenn ihr das verpasst. Gibt wieder Regen. Genau. Gibt wieder Regen und Stürme. Und somit beenden wir unseren Podcast für heute. Auf einer sehr positiven Nachricht auf jeden Fall. Ganz genau. Leute, falls ihr dem Podcast noch nicht folgt, könnt ihr das gerne tun. Entweder auf YouTube, könnt ihr abonnieren. Oder auf Spotify, Google Podcasts oder Apple Podcasts. Könnt ihr uns auch gerne auf Social Media folgen. At Jay Samuels. At Aria Lee. Genau. Und ansonsten würde ich jetzt sagen, how to reason. Peace. And stay positive. Good night. Oh, Entschuldigung. San Francisco. San Francisco. Ha ha ha.